speedrun ama wie heißt das ding noch taifun taifun 4s absolut stock let's go man kann dich hören du bist im video oder so 4s im taifun heißt 59,0 kmh jetzt kommt 6s armer taifun 6s speedrun jetzt gehe ich auch zur seite weil 6s ist in der karre echt brutal ja das ist der richtige kommentar das war aber wieder die bekloppte sau arne einmal noch ihr sollt zu mir kommen nicht im kreis fahren kommt putt putt bei fuß bei fuß nicht fuß kaputt fahren armer taifun 6s 92,4 und das ding ist stock da ist kein anderes ritzel sonst was drin geht das ding ab und ich habe auch so ein ja 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 Vielen Dank.